Und da ist ein Jubel natürlich sicher. Und teilweise jedenfalls der Ex-Lortrichter der Führende Musiker zu Ehren des verstorbenen Ernst Mosch, einer Egerländer Musikhande. In Flussen. Seien Sie auf das Hut. Und vergessen Sie. Er ist... Der beste erste Mann in meinem Leben, der mich nicht geborgen hat. Ich bin noch nachgewunken, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ich war gerade immer fünf Jahre alt. Er hat mir Zuglächeln. Wir wären immer auf der Flucht. Entschuldigen Sie mich, bitte. So, was ist das? Der Egerländer ist sehr nah. Na und? Die beiden haben sich ineinander verliebt. Wofür kommen wir denn, wenn unsere besten Leute sich in die, gegen diese ermitteln, verlieben? Moment mal, was haben Sie gesagt? Verlieben. Sehr gut. Dann wird Jan versuchen, Sie zu treffen. Ich will, dass Sie beschattet wird. Ich will Ihnen keine Bewegung von hier informiert werden. Setzen Sie den Horn auf, Herr Pülsen, an. Den Horn geht aber äußerst brutal vor. Ach, Herr Pülsen wäre in höchster Gefang. Den Horn soll Herr Pülsen entführen. Wenn diese große Lüge wirklich stimmt, wird Jan versuchen, Sie zu beantworten. Möchten Sie, dass wir die Entführung bloß vortäuschen? Ja. Wenn er in die Falle geklappt ist, rufen Sie mich sofort an, wir besprechen dann alles Weitere. Dr. Giesel möchte, dass Sie jemanden observieren. Aber die Person darf davon nichts mitbekommen. Ich will, dass Sie sich hier in der Lage kommen. Ich will, dass Sie die Augenksten beoresken sind. Ich will, dass Sie sich in der Lage kommen. Dann werden Sie den Boden schaden. Ich will, dass Sie es im Gericht, dass Sie nicht in der Lage kommen. Sie müssen die Augenksten an, wir sind in der Lage kommen. Hey du, bring meine Frau ins andere Ufer. Ja, gerne. Wir treffen uns um 18 Uhr. Maria Home, Apartment Nummer 5. 18 Uhr Maria Home, Apartment Nummer 5. Pass auf dich auf. Du auch. Ich will dich nicht schon wieder verlieren. Warte. Wie sind die hier?